Das Schweizer Fernsehen wird sicher wahrscheinlich vor Ort sein. Und wir werden schnell auch Helikopter haben, die vor der Luftauchnahme machen. Und von dem her wollen wir schauen, dass wir nicht zu rechts oder zu links gelassen sind. Wenn wir jetzt vom Aufgespräch auf die Wiese schauen. Für mich ist jetzt einfach klar, dass ihr am 2., 6., oder am 2., 9., oder 16., auf dem Hagen, den wir hier vorne haben, hier gerade runter, diese Wiese einfach brauchen. Einfach bedecken, ja. Hast du jetzt grosse Schritte oder weisst du, wie normale Schritte? Nein, doch. 100! Erst 100? Was? Nein! Okay, ist gut. Also wir können jetzt bis runter. Hier hinten hast du ihn aber noch ganz gleich, sonst nicht gut. Eben, dort müssen wir aussparen. Weisst du, wir haben ja Modul. Ja. Dort haben wir einfach kein Modul an. Also ich... Also ich... Ist natürlich ein schwieriges zu beurteilen, oder? Wenn es jetzt Donnerstag oder Freitag noch regnet. Ah, das ist klar. Ich kann dann schon sagen, von der Wiese her, von dem etwas kaputt machen, könnt ihr schon kommen am Sonntag. Aber ihr sagt dem vielleicht ja... Es ist feucht. Es ist noch zu feucht. Aber wenn ihr das dreimal sagt, ist der Juni durcheinander und es hat nicht stattgefunden. Nein, aber Paddy, wir werden extrem streng sein müssen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich möchte noch nicht 1'500 Modulen... ...toichnen. Im Aschen vor allem. Ja. Nein, eben. Ich brauche das Tuch nachher wieder. Ja. Auf jeden Fall. Das ist Kapital. Das wird nicht wegschmissen. Das ist äh... Ich frage! Ja, ja. Das Tuch braucht ihr. Ja, ja. Den braucht man immer wieder. Das ist... Das wird Algen össern. Das Algen össern wird immer wieder in Einsatz kommen. Ja, ja. Ja, wir werden jetzt diebenungen weggelegen. Das ist der Fall. Und das ist jetzt das direkt und das ist der Fall. Das ist eine gravierenden Sache. Was ist bei der Fallenbrief? Und wir gehen. Das war sie zu definieren. Vielen Dank.